So, hallo. Das sind wir. Äh, Grundlagen. Das ist immer noch arschlaut, ne? Ja, ihr seht mich jetzt gerade runterrollen. Au. Na, komm. Ich hoffe mal so. So, hiermit springt man, okay. Frontflip, oh Gott. Au. Sehr gut. Oh Gott, ich bin im Fahrrad. Äh? Warte kurz. Einmal kurz was nachchecken. Wieso leckt das Game denn bei mir? Also bei OBS. Ich check's nicht. Ja, ich will kein Tutorial, danke. Und zwar... Fahren... Äh... Spike Park. Genau, genau, genau. Einstellung, Bild. Kein Blum. Ihr seht es gerade, ne? Dass ich knapp 200 FPS habe. Aber in Game halt nicht. Hä? Hä? Die Mundstärfe braucht keiner. Wir probieren's mal. Au. Ich denke, das packt mich ja jetzt schon ein bisschen ab, ne? Kann auch sein, dass der OBS sich damit aber nicht verträgt. Ja, jetzt noch einmal. Hä? Egal. Egal, wir regen uns da drüber nicht auf. Ja. Beide. Wie war das nochmal gespeichert? War... Ich hab keine Ahnung. Ne. Äh... Ah, verdammt. Ha. Egal. Ha. Nein. So, wie machen wir das? Die Geschwindigkeit, daran hat's gelegen. Woran hat's gelegen? Die Geschwindigkeit, daran hat's gelegen. Egal. An der Liga zugucken. Ja, das ist die erste Runde. Und ja, das sieht man, glaub ich. Das war mit Absicht. Muss ich überhaupt springen, ist die Frage. Ich glaub nämlich tatsächlich nicht. Als ob. Ja, geil. Okay, schade. Okay. Erste Hürde ist schon schwierig. Muss ich zugeben. Man sieht, das ist schwierig. Für mich jedenfalls gerade noch. Okay. So. Na, komm. Halt. Halt's auf. Ja, moin. Jetzt gibt es nicht, ne? Jetzt gibt es einfach nicht. Jetzt. Nein. Ja, klar. Ich weiß noch nicht genau wie. So zum Beispiel nicht. Ich hab's ja schon mal rüber geschafft. Ja, okay. Ich glaub, ich spring noch falsch ab. Da hab ich gar keinen Speed gehabt. Schade. Das kann doch nicht so schwer sein. Wie setzt man hier. Klappen. Das ist ein Belegung. Klippen. Ja, ja, ja. Bunnyhop. Neustarten. lc und okay dann mach ich lieber so ab und ja geil darf ich da nicht springen au au irgendwas meinte richtig falsch das liegt alles daran man muss besser abspringen das war zu hoch da war der Ball im Weg, sehr gut da war der Ball im Weg, sehr gut hm auch geil auch geil das Beste, wie geht's dir? Hallo Yannick du, viele neue Projekte an uns selber, was geht ab bei dir? oh, ich bin kacke im Spiel hm wir sitzen das Spiel auch ah, alter au au klar äh, wie sieht's mit dem Ton aus? ich hab das jetzt erstmal manuell ich schaff es halt nicht ich mach ich nicht auf Regen Rider alles gut ich schaff es die Höhe zu gewinnen aber nicht die, die Weite gut nice ich muss das gerade manuell einstellen au und irgendwie verträgt sich die Senders nicht mit oh Gott oh äh, mit OBS verträgt sich die Senders halt nicht glaube ich Jürgenstrom haben es da, ich krieg ich krieg zu ich bin zu hoch auf den Rand gehen stopp stopp wie kann ich? ah ah, ah okay ne, das war ich kann doch jetzt nicht auf den Rand gehen was sollen die Nachbarn von mir denken? ich glaub einfach nur, ich krieg zu wenig ich hab zu wenig Speed drauf stoppen wir da hab ich gerade schon lange dran gesessen, alter Kamera das hat mir gar nichts gebracht, außer dass ich unter die mehr gucken konnte oh Gott oh Gott oh ah da versuchts auch ahhh nevermind lass es nein, also kann ja sein, dass es klappt ich hab kein Bock mehr aufzubauen ich hab kein Bock mehr aufzubauen ahhh ahhh das wird nichts da hat mich dabei gestoppt mach den Hut nach ach ha 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 ach ja jeder, der mich nicht eigentlich geglaubt hat ja, ich pro pro gamer müsst ihr wissen geil vielleicht vielleicht muss ich dann auch die Rampe aufkommen ahhh ahhh au ahhh kacke wir schaffen das was kann das kann das Spiel aufhören zu lecken vielleicht dank mein Freund glaub mir Kollege, so gute so gute so gute Grafik hast du nicht mit Freund so gut du hättest du ganz einfach was sagen können wenn du jetzt hier geräusche machst nix nix der war gut ne, das mach ich die kamer der winkel, die kriegen wir nicht ich krieg halt nicht genug speed drauf denk ich muss ich vielleicht kurz vorm abspringen au Digga, mach den Rand nach das ist eine beschissenes Idee die ich hier hatte also für mich für mich klappt es nicht man Digga, wie schwer kann das sein? ahhh Digga, ich will ich will nach leicht 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 ja für dich vielleicht Mr. Grand Champion ahhh wieso oh als oh oh ich verstehe nicht warum das Game manchmal lag Digga, guck dir mal die Grafik an da hat nix zu lenken oh ich, ich, ich hau hier gleich was zusammen ne ohne nix scheiß Ball jaaa Digga da pisst doch garne nur ich darf hier spielen